Du hast doch nichts dagegen, dass der Johann erstmal bei uns wohnt, oder? Achso? Ja, nur wenn es keine Umstände macht. Hört Sie zu, es tut mir leid. Mit so einem miesen Charakter wie Ihnen will ich nichts mehr zu tun haben. Und Ihre nächste Steuererklärung, die können Sie gefälligst selber machen. Falls Sie dafür überhaupt den nötigen Grips haben, den man braucht. Wovon ich im Moment nicht wirklich ausgehe. Kommen Sie mir einfach nicht mal unter die Augen, ja? Und ich bin deine Frau und ich möchte nicht vor verendete Tatsachen gesetzt werden. Dieser widerliche Kerr wird Leon abholen. Wir kriegen das Geld nicht zusammen. Eigentlich sind sie die Letzte, die ich fragen wollte. Aber ich weiß einfach keinen anderen Ausweg. Leiden Sie mir die 100.000 Euro, um Leons Vater auszuzahlen. Von der ersten ray in the morning Till der letzte kiss in the night Just one day without you I could throw my heart away Can't you hear I'm asking you to stay Through the rainbow-colored light Stay Stay Sie fragen mich, ob ich... Sie wissen doch genau, wie ich zu dieser Adoptionsgeschichte stehe. Sie sind unsere letzte Chance. Ich verstehe sehr gut, dass Sie an dem Kleinen hängen. Aber das... Also diese Adoptionsgebühr... Das ist... Das ist für mich Menschenhandel. Wir wollen doch Leon nur beschützen. Wenn Sie uns nicht helfen, dann verlieren wir ihn. Halten Sie mich bitte nicht für hasslos. Das ist für mich Babykauf und das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Aber denken Sie doch mal an das Kind. Das tue ich genau, deswegen will ich... Ja, Sie können doch nicht zulassen, dass dieser Kerl Leon an den Meistbietenden verschachert. Genau das will ich verhindern. Das Kind gehört zu seiner Mutter. Ja, die es aber nicht will. Weil sie in einer Notsituation ist. Das kenne ich aus Afrika. Die Mütter dort geben ihre Kinder weg, weil sie sie nicht mehr ernähren können. Dieses Kind wird auf jeden Fall verkauft. Besser es bleibt bei Gregor und mir. Wir werden gut für Leon sorgen. Sie werden sicher großartige Eltern. Ganz bestimmt. Aber kümmern Sie sich jetzt lieber darum, dass diesem Kriminellen das Handwerk gelegt wird. Tut mir leid, ich kann Ihnen da nicht weiterhelfen. Von wegen. Sie sollten mal lieber drüber nachdenken, was für Konsequenzen Ihr... Ihr Gutmenschgelaber für mein Baby hat. Anstatt, dass Felix sich bei mir entschuldigt, starrt der mich einfach nur dumm an. Wann hätte er denn was sagen sollen? Du hast ihn in Grund und Boden gequatscht. Jetzt stellst du dich auch noch auf seine Seite? Nein. Aber wenn du deinem Felix den Marsch bäst, dann musst du eben auch mit Konsequenzen rechnen. Hör mal, erstens ist das nicht mein Felix und zweitens hat er die Starnfauke mehr als verdient. Sag mal, merkst du eigentlich, dass du absolut im Blick stehst? Es geht doch mal zur Seite und regt dich endlich ab. Ich reg mich erst ab, wenn er sich bei mir entschuldigt. Und wenn er es nicht tut? Dann, dann mache ich Kleinholz aus ihm. Jetzt guck nicht so blöd. Ich verstehe, dass du wütend bist. Aber du darfst dich von dem Mann nicht fertig machen lassen. Was soll ich denn dagegen tun? Lass los. Vergiss ihn. Das ist einfacher gesagt als getan. Erwarte nicht, dass er sich bei dir entschuldigt. Sieh dich lieber nach anderen Männern um. Was denn für andere Männer? Siehst du, genau das ist es. Egal, was er dir antut, du bist völlig auf dem Tarasch fixiert. Tu mir einen Gefallen. Wenn dir das nächste Mal jemand schöne Augen macht, gib ihm eine Chance. Nein! Ist ja gut, ich überleg es mir, okay? Werner denkt jetzt bestimmt, ich bin eiskalt. Ich habe einfach zu oft in Uganda erlebt, dass Mütter ihre Kinder nur aus purer Not weggeben. Das ist so grausam. Wenn man was dagegen tun kann, dann sollte man das auch. Man muss diesen Müttern irgendwie helfen. Und wenn Kira Schepanski wieder auftaucht, dann biete ich ihr finanzielle Unterstützung an. Vielleicht hat sie dann den Mut, Leon selbst aufzuziehen. Das ist überhaupt die Idee. Ich gründe eine Stiftung, die Mütter in Not unterstützt. Dann liegt Papas Geld nicht mehr sinnlos auf der Bank rum, sondern arbeitet für eine gute Sache. Das wäre doch bestimmt in seinem Sinn. Wie komme ich auch darauf, Samia zu fragen? Ausgerechnet sie! War doch klar, dass sie mir nicht hilft. Es war schon richtig, sie zu fragen. Sie ist die Einzige, die auf die Schnelle so viel Geld zur Verfügung stellen kann. Ja, aber sie denkt nicht dran. Weißt du, redet von Gewissen und Verantwortung. Und Leon ist ihr total egal. Was sollen wir denn nun machen? Und wenn wir doch zur Polizei gehen und diesen Lell anzeigen? Nee, auf keinen Fall. Dann kommt nämlich das Jugendamt und holt ihn ab. Und sie nehmen wir Leon weg? Ja, na, wenn uns nichts einfällt, dann wird dieser Lell sich den Kleinen schnappen. Das hat dich nicht aus. Am liebsten würde ich mit Leon einfach abhauen. Nach München oder gleich ins Ausland. Irgendwohin. Das ist Unsinn. Du würdest dich strafbar machen, die Polizei würde dich sofort schnappen. Das ist keine gute Idee. Hast du eine bessere? Samia hat gerade Pause. Ich wollte gar nicht zu Samia. Nicht weitergehen, sonst muss ich alles nochmal wischen. Pardon. Ich wollte zu Ihnen. Ich möchte mich entschuldigen. Das, was meine Schwester und ich da gesagt haben, ich meine, dass wir uns über das Kleid lustig gemacht haben, das, das tut mir leid. War es das? Ja. Habe ich mir doch gedacht, dass Sie es nicht ernst meinen. Ich meine das ernst. Sie denken, ein paar nette Worte, ein schönes Lächeln und schon ist alles wieder gut, ja? Frau Strobel, was erwarten Sie denn? Was soll ich denn machen? Soll ich auf den Knie da auf den Boden rumrufen? Das wäre gar keine schlechte Idee. Da müsste ich mich nämlich nicht mehr wischen. Ich frage, also... Also wenn Sie mich versöhnen wollen, dann müssen Sie sich schon ein bisschen mehr einfallen lassen. Und jetzt raus hier. So, hier. Also das wäre der grobe Ablauf. Hier ist ein Menüvorschlag und eine List mit den Weinen. Was ist denn? Stimmt irgendwas nicht? Doch, doch, alles in Ordnung. Viktoria, es geht hier um meine Hochzeit. Ich fände es wirklich schön, wenn wir das einigermaßen sachlich besprechen könnten. Selbstverständlich. Herrgott, Mama, bist du immer noch sauer gegen unsere Geschichte mit dem Wein? Ich habe die 100 Euro doch bezahlt. Aus eigener Tasche. Sieh mal, es tut mir leid, was ich da gesagt habe. Ich habe überreagiert. Aber scheinbar hast du ja doch Vorbehalte gegen mich. Nicht gegen dich, nur gegen deinen Vater. Klang neulich aber anders. Gut. Lassen wir das. Also, deine Hochzeit. Ihr feiert bestimmt im großen Rahmen. Nein. Im kleinen Kreis. Wir haben unsere Pläne geändert. Na ja, von unseren Eltern. Da ist ja niemand dabei. Und ihr seid euch sicher, dass ihr hier im Hotel feiern wollt? Ja, aber natürlich. Schließlich haben wir uns hier kennengelernt. Wieso fragst du? Nein. Ob bei den ganzen Erinnerungen so viel Freude aufkommt. Nimm es mir nicht übel, aber... Sprichst du jetzt von Samir und mir? Oder von dir? Wieso von mir? Ich heirate doch nicht. Wegen uns. Viktoria, unsere Geschichte. Erzähl mir nicht, dass du das alles längst vergessen hast. Blödsinn. Das ist schon Ewigkeiten her, Simon. Und warum hast du mir vor ein paar Tagen so eine riesige Szene gemacht? Wie sagtest du gerade, so schön lassen wir das? Entschuldige, ich bin völlig überarbeitet. Und total durch den Wind. Ja. Seit wie ohne nicht mehr da ist, bleibt alles an dir hängen, oder? Auf Dauer halte ich das auch nicht mehr durch. Aber bis zu eurer Hochzeit schaffe ich das. Also, der Menüplan. Okay. Pass auf. Hallo, Samir. Kann ich mal kurz mit dir reden? Lass mich raten, es geht um das Geld für die Adoption. Ja, also... Janas Anfrage vorhin fiel wahrscheinlich nicht sehr diplomatisch aus. Sie ist bestimmt sehr enttäuscht wegen meiner Absage. Ja, also... Also, du darfst ihr nicht böse sein. Sie ist wirklich völlig fertig. Ich weiß, sie will den Kleinen nicht verlieren. Ja, wir wollen einfach verhindern, dass dieser Lell ihn in seine Finger bekommt und an den Meistbietenden verschachert. Gregor, bitte verstehe mich nicht falsch. Ich finde es wirklich toll, wie du dich für sie einsetzt. Und auch für den Kleinen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn das mit der Adoption klappt. Aber trotzdem, ich bleibe bei meiner Meinung. Ob ihr das Kind kauft oder ein anderer, das bleibt und ist für mich menschenhandelnd. Ja, aber Diana und mir wäre er doch wenigstens in guten Händen. Leon gehört zu seiner Mutter. Samia, wenn die nicht auffindbar ist, dann hat dieser Lell das Sagen. Man muss diesen Typen doch irgendwie zur Strecke bringen. Naja, das heißt irgendwie, er ist eben der Vater. Vielleicht hat er die Mutter erpresst oder hat die Unterschrift gefälscht, was weiß ich. Ja, ganz genau. Ja, dann verstehe ich auch nicht, warum ihr euch überhaupt auf dieses windige Geschäft einlasst. Leon ist ein wehrloses Baby. Soll der darunter leiden, dass dieser Mistkerl am längeren Hebel sitzt? Nein. Diana wäre eine fantastische Mutter, aber dieser Lell, der schickt ihn doch womöglicherweise in die Hölle. Dem ist doch völlig egal, bei wem der landet. Dann sorg dafür, dass er zu seiner Mutter kommt. Ich bleib dabei. Ich geb diesen Typen keinen einzigen Cent schon aus Prinzip nicht. Ach Himmel, Samia. Leon ist kein Prinzip, er ist ein Mensch. Ein hilfloses Baby, das beschützt werden muss. Tust du nur so, oder bist du tatsächlich so herzlos? Er kann doch nicht ernsthaft von mir erwarten, dass ich gegen meine Überzeugung handele. Oder verrenne ich mich da in was? Ich hab mich bei der Strobel entschuldigt. Und sie ist dahingeschmolzen. Nein, ganz im Gegenteil. Da hätte nicht viel gefehlt und sie wäre mit dem Schrupper auf mich losgegangen. Vielleicht hat sich mein Brüderchen nicht ganz so viel Mühe gegeben? Genau das hat sie auch gesagt. Hab ich aber. Weißt du, Frauen zu versöhnen ist nicht einfach. Besonders die verliebten Frauen. Ah, hört das nie auf? Das hab ich mich heute auch gefragt. Simon war im Büro und wollte mit mir seine Hochzeit besprechen. Mit dir? Moment, ausgerechnet mit dir? Ich hätte ihn am liebsten in die Wüste geschickt mit seinem Ablaufplan. Felix. Ich halte es nicht aus, dass er heiratet. Noch dazu eine Freundin von mir. Es ist unfair. Schwesterchen, Liebe ist nicht immer fair. Abgesehen davon, du hast mit ihm Schluss gemacht, nicht umgekehrt. Ja, danke, dass du mich nochmals daran erinnerst. Mein Fehler, ich weiß. Du brauchst irgendwas zu tun. Ja, du hast ganz recht. Aber ich entrinke in Arbeit und bräuchte gerade acht Köpfe und 16 Arme. Oh, meine Schwester, das Monster. Du brauchst einen ganz besonderen Mann, sowas wie einen Helden. Ja, aber bei der ganzen Arbeit bleibt nicht mal Zeit für den Drachentöter. Verschieb's aufs Wochenende. Da muss ich die Arbeit für die nächsten Wochen vorbereiten. Oh, kein Selbstmitleid. Ja, ich weiß, passt nicht zu mir. Hm-mhm. Ja, was machst du denn, mein Kleiner? Hm-mhm. Spuck ständig deinen Schnuller aus. Hallo, Frau Schneider. Ich bin gerade auf dem Weg zu Ihnen. Sie sind bestimmt sauer auf mich. Also, es tut mir auch wirklich leid wegen vorhin. Ich weiß, ich war nicht gerade freundlich. Schon gut, vergessen wir es einfach. Ich würde Ihnen gerne ein Angebot machen. Haben Sie etwa Ihre Meinung geändert? Unter bestimmten Voraussetzungen? Ja. Und was heißt das? Also, wenn Sie mir beweisen können, dass die Mutter mit der Adoption einverstanden ist, dann gebe ich Ihnen gern den Kredit. Das ist Sie bestimmt, ganz sicher. Ich würde Sie gern selber sprechen. Oh, ähm, also, das ist nicht so einfach. Wir haben in den letzten paar Tagen schon oft versucht, Frau Schepanski zu erreichen. Aber leider ohne Erfolg. Sie finden sie bestimmt. Und ich will Ihnen auch nichts vormachen. Ich glaube immer noch, dass der kleine Leon bei seiner leiblichen Mutter am besten aufgehoben wäre. Ja, aber sie will ihn nicht. Vielleicht ändert es Ihre Meinung, wenn ich ihr zum Beispiel vorschlage, sie finanziell zu unterstützen. Und wenn nicht, dann... Dann gebe ich Ihnen auf jeden Fall das Geld, damit Sie und Gregor Leon adoptieren können. Was halten Sie davon? Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Aber falls Frau Schepanski hier ihre Hilfe annimmt... Ich habe einfach so wahnsinnig Angst, Leon zu verlieren. Er ist mir doch so ans Herz gewachsen. In erster Linie zählt doch das Wohlergehen des Kindes und nicht Ihres, oder? Natürlich. Das ist ja auch eine große Chance für Leon. Also, nehmen Sie mein Angebot an. Ich hänge mich gleich ans Telefon und versuche, Frau Schepanski zu erreichen. Ich bin richtig froh, dass Sie wieder hier hinter der Rezeption stehen. Ich auch, Ben. Ich auch. Diese Verantwortung, die lag Zentner schwer auf meinen Schultern. Ich glaube fast, ich bin in den vergangenen Wochen ein wenig geschrumpft. Wissen Sie was? Ich werde Sie beim nächsten Mal zusammen mit den Blumen gießen, dann wachsen Sie wieder. Und jetzt schauen Sie, dass die Koffer wegkommen. Klar, im Vergleich zum Dienst an der Rezeption ist Kofferschleppen doch ein Kinderspiel. Ja, hoppla, hoppla, Spornheim. Aber höchste Begant. Haltungsnote 10,0. Passen Sie doch bitte auf Ihre Füße auf. Lass uns gut sein, Alfons. Ist doch nichts passiert. Ab zum Fahrstuhl. Ja, Chef. Herr Saalfeld. Ach, Alfons. Hat Charlotte Ihnen von unserem wunderschönen Abend in der Oper erzählt? Ja, sie hat sowas erwähnt. Es gab die Zauberflöte. Aber der ganze Abend war zauberhaft. Und jetzt nehmen Sie an, dass Charlotte auch verzaubert ist? Naja, das vielleicht nicht gerade, aber der Abend hat ja schon sehr gut gefallen. Und wer weiß. Also, Herr Direktor, Sie sollten sich vielleicht nicht zu viele Hoffnungen machen, was Charlotte angeht. Hättest du was in diese Richtung gesagt? Nicht direkt. Ja, was dann? Also, ehrlich gesagt, ich glaube, dass sie im Moment andere Dinge im Kopf hat als amoröse Opernbesuche. Ach, was, Alfons. Das ist doch alles eine Frage der Taktik. Was ich meine. Sie können mir schon glauben. Was Frauen anbelangt, da bin ich Ihnen ein klein wenig voraus. Die Musik war hinreißend. Aber ich fürchte, Werner denkt, er auch. Oh je, oh je. Falls er glaubt, es gibt für uns wieder eine Chance als Paar, dann täuscht er sich. Johann und mich trennt schon eine Menge, aber euch beide? Zwischen Werner und mir stehen etliche Frauen aus seiner Vergangenheit. Endlose Streitereien und jetzt noch André. Hast du was von ihm gehört? Nein, und es ist mir auch ganz recht so. Die Konopkas sollen mir bloß vom Leibe bleiben. Gut so. André ist ein Krimineller und Werner ein Herzensbrecher. Er hat einfach kein Talent für die Ehe. Schön, dass dir wieder besser geht. Ja. Der Arzt sagt, wenn ich so weitermache, verlegen Sie mich bald auf die normale Station. Rüge dir ganz fest die Daumen. Ja, ich muss endlich hier raus. Das wünsche ich dir so sehr. Schon wegen dem Bau der Schule in Tansania. Die brauchen mich doch. Das schaffen die auch ohne dich. Da bin ich mir nicht so sicher. Wer soll denn die Rechnung bezahlen? Und wer passt auf, dass die Baumaterialien nicht gestohlen werden? Aber du willst doch da unten jemanden haben, der sich darum kümmern kann. Ich muss einfach gesund werden. Mach dir keine Sorgen. Ich ruf mal an und erkundige mich nach dem Stand der Dinge. Ja, lieb von dir. Sag ihm, ich komme runter, sobald ich kann. Jetzt kümmerst du dich erst mal um deine Gesundheit. Und ich mich um den Bau der Schule. In Ordnung? Frau Strobl. Ich habe Sie gesucht. Schon wieder, ja. Wissen Sie, vorhin... Ich wollte mich wirklich entschuldigen, auch wenn das nicht funktioniert hat. Erinnern Sie sich noch an die Junggesellenversteigerung? War einmal ein Bumerang. War um einiges zu lang. Bumerang flog ein Stück, kam nicht mehr zurück. Publikum noch stundenlang. Wartete auf Bumerang. Jetzt sei ich... Weiß, dass Sie ringeln als Lieben. Also seine Gedichte, meine ich. Und ich möchte Ihnen das hier geben und mich entschuldigen. Ich hoffe, Sie können mir verzeihen. Nein. Das ist echt lieb von Ihnen. Samia gibt uns jetzt doch den Kredit für die Reduktion. Wenn Frau Czepanski Leon nicht selbst aufziehen möchte. Und davon will sie sich in einem persönlichen Gespräch überzeugen. Ja, aber das ist doch... Das ist doch mehr als fährig. Also das ist großartig. Findest du nicht? Ja. Vor allem, weil sie am Anfang total dagegen war. Aber? Na ja, was ist denn, wenn Kira Czepanski Samias Unterstützung annimmt? Ja, das ist ja natürlich das Beste. Ja, aber dann müssen wir Leon weggeben. Es zerreißt mir fast das Herz, wenn ich nur daran denke. Ja, na, ich weiß, dass das nicht leicht für dich wird. Aber du schaffst das. Hast du Frau Czepanski inzwischen erreicht? Nein. Na, wie geht's meinem süßen Racker? Bestens, okay? Und vor allem, was ist mit meinem Geld? Die Frist läuft übermorgen ab und bis dahin haben sie ihr Geld. Na, dann ist ja alles in Butter. Hat dem auch wirklich das Herz gebrochen, ihre kleine Familie kaputt zu machen. Wir sehen uns. Du Pucke ist ja ganz schön hoch. Ist doch noch gar nicht klar, was mit dem Geld ist. Das müssen wir dem ja nicht auf die Nase binden. Ja, und was ist, wenn wir Frau Czepanski nicht finden? Dieser Mail kriegt ihn jedenfalls nicht in seine Finger, das verspreche ich dir. Wie willst du das denn bitte verhindern? Dieser Mann kann doch nachweisen, dass er der Vater ist. Wenn es hart auf hart kommt, jagge ich ihm eben doch das Jugendamt auf den Hals. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die den für einen akzeptablen Vater haben. Ja, aber wenn das Jugendamt Leon den Obhut nimmt, dann verlieren wir ihn. Aber das ist immer noch besser, als dass dieser Gangster ihn an den nächstbesten verkauft. Oder? Ja, aber das ist immer noch besser. Ach, entschuldige. Ich habe geklopft, aber... Zu beneid, ich habe dich nicht gehört. Die Zauberflöte, ja? Ja. Ja, wie was? Darf ich dir einen Drink anbieten, oder bist du dienstlich hier? Dienstlich und privat, aber nicht zu trinken, danke. Es geht um unsere Hochzeit. Ah, da, komm, setz dich. Weißt du, ich freue mich schon auf euer großes Fest. Tja, also unter den gegebenen Umständen feiern wir wohl eher einen kleineren Kreis. Du weißt ja, von unseren Eltern ist niemand da. Ja, tut mir leid, mein Junge. Wie sieht es aus, wollt ihr danach in die Flitterwochen? Ja, deswegen bin ich auch hier. Könntest du Samir und mir zwei Wochen freigeben? Ja, aber klar. Gut, aber sag Samir nichts davon. Es soll eine Überraschungsreise werden. Ich halte meinen Mund, versprochen. Danke. Ja, genauso habe ich damals gemacht. Slotte dachte, es handelt sich um die übliche Brautentführung. Da stand sie plötzlich neben mir auf dem Flugplatz. Die Leute haben vielleicht gestaunt. Wieso? Na, sie trug immer noch ihr Hochzeitskreis mit der ewig langen Schleppe. Ja, verstehe. Ja, und ehe sie sich versah, saß sie neben mir im Flugzeug. Die Kurve reizend. Die ganzen Fluche haben sie uns verwöhnt mit Champagner und Kaviar. Ich hoffe, wir haben auch so viel Glück. Ja, drück dir die Daumen. Wohin soll es denn gehen, Asien? Nein, ich dachte eher an Skandinavien. Oh, heiße Liebe im kalten Norden, sehr gut. Ja, genau. Wer weiß, vielleicht schaffen wir es auch bis ans Nordkap. Da wollte ich immer schon mal hin. Gut. Na, jedenfalls, der Olaf ist euch sicher. Danke. Weißt du was, Simon? Bleibt ruhig drei Wochen. Genießt eure junge Liebe. Ach ja. Flitterwochen. Du musst mir unbedingt helfen. Wie? Ich soll für dich lügen? Wieso gerade ich? Na, weil du einen polnischen Akzent hast. Genau wie diese Kira. Ich weiß nicht. Bitte, ich weiß keinen anderen Ausweg. Es ist ja nur eine Notlüge, um Leon vor diesem Ganoven zu retten. Du solltest ihn mal sehen. Der Kleine ist so süß. Ich kann es mir vorstellen. Aber du kannst die leibliche Mutter wirklich nicht auftreiben? Ich habe alles versucht. Angenommen, ich überzeuge diese Frau Gruber, dass ich die Mutter bin. Wenn sie dir glaubt, dass du das Kind weder aufziehen kannst, noch willst, dann wird sie uns das Geld geben für die Adoption. Ah, verstehe. Es ist wirklich die einzige Möglichkeit, Leon vor seinem kriminellen Vater zu retten. Aha. In Ordnung. Ich helfe dir. Danke, du bist ein Schatz. Ähm, wir sehen uns dann nächste Woche, okay? Ha, schön wär's. Aber Krakau liegt nicht um die Ecke. Also, bis dann. Na? Das war nur eine alte Freundin. Mhm. Und? Schläft unser kleiner Schatz? Wie ein Mobeltier. Ich könnte mir sogar das Gute-Nacht-Lied sparen. Naja, von deinem Gesumme wäre er wahrscheinlich auch wieder aufgewacht. Soll das heißen, dass ich nicht summen kann, oder was? Das würde ich nie wagen zu behaupten. Mhm. 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 Was ist das denn für eine Schweinerei? Nur macht denn sowas? Herr Gruber, grüß Sie. Grüß Gott, Frau Strobl. Haben Sie wieder als Gärtner bei uns angefangen? Nee, nee, also wegen der Anstellung hat noch niemand mit mir gesprochen. Aber wenn ich sowas sehe, das kann man so wenig auf sich beruhen lassen. Den armen Rosen muss geholfen werden. Wissen Sie, wem das Blumenbeet gehört? Nee. Frau Saalfeld und Herr Konopka haben das Rosenbeet zusammen angelegt. Aha. Der Mörder als Gärtner. Naja. Da können ja die armen Rosen nichts dafür. Ich finde es so nett, dass Sie jetzt bei den Sonnenbichlers wohnen. Wenn wir so weitermachen, werden wir noch eine richtige WG. Um Gottes Willen, hoffentlich nicht. Das ist nämlich nichts für mich. Außenlektüre? Gedichte. Joachim Ringelnatz. Ich habe gar nicht gewusst, dass die jungen Leute von heute sich für sowas interessieren. Ich liebe seine Gedichte. Schon immer. Und das Buch habe ich geschenkt bekommen. Wissen Sie was? Ich kümmere mich jetzt um die Rosen und Sie lesen mir, was ist denn gut vor Ort. Dann erholen sich die Blumen schnell an. Gern. Ich suche uns so schnell was Passendes raus, ja? Ach, hier. Das ist gut. Denn kein Kind lacht über gemahlene Macht. Kinder weinen. Narren warten. Dumme wissen. Kleine meinen. Weise gehen in den Garten. Das, äh, das ist aus dem Kinderverwirrbuch. Genau. Das hat mir als junger Mensch besonders gut gefallen. Die Geschichte mit dem Weißen und dem Garten. Derjenige, der Ihnen das Buch geschenkt hat, der muss ich aber sehr mögen. Meinen Sie? Zumindest war das in meiner Zeit so. Wirklich? Ja. Ich habe damals Elisabeth selbst ein Gedicht geschrieben. Oh, wie romantisch. Können Sie das noch? Ja, natürlich. Also, äh. Ich habe es vergessen. Und? Haben Sie Frau Tchepanski erreicht? Ja, sie war für ein paar Tage zu Besuch bei Verwandten. Deswegen hat es vorher nicht geklappt. Wann ist sie wieder hier in Deutschland? Leider gar nicht. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich gerne persönlich mit ihr sprechen möchte. Aber das können Sie doch. Am Telefon. Jetzt gleich? Ähm, ja gut, okay. Vielleicht kann ich Sie auch so überzeugen. Hallo? Hallo, Frau Tchepanski. Hier ist Jana Schneider. Frau Gruber würde Sie jetzt gerne sprechen. Ja, gut. Hallo, Frau Tchepanski. Samia Gruber am Telefon. Frau Schneider hat Ihnen doch sicherlich erklärt, dass es um den kleinen Leon geht. Ja. Ich bin sehr froh, dass Frau Schneider ihn adoptieren möchte. Frau Schneider wäre auch sicherlich eine sehr gute Mutter für Leon. Aber was ist denn mit Ihnen? Wären Sie nicht glücklicher, wenn Sie ihn selbst aufziehen könnten? Oh, leider ist mir das nicht möglich. Warum nicht? Wissen Sie, ich bin zu jung. Ich habe noch keine Ausbildung. Wovon sollen wir leben? Ich wäre bereit, Sie eventuell finanziell zu unterstützen. Natürlich nur, wenn Sie das möchten. Das würden Sie wirklich tun? Ja. Trotzdem, es geht wirklich nicht. Meine Familie weiß nichts von dem Jungen. Und wenn mein Vater das erfährt, er würde mich umbringen. Es gäbe vielleicht auch die Möglichkeit, dass Sie den kleinen Leon in Deutschland großziehen können, ohne dass Ihr Vater was davon mitbekommt. Das geht wirklich nicht, weil der Vater von Leon, er hat mich geschlagen. Und wer weiß, was er dem Baby antun würde. Ich verspreche Ihnen, dass ich dafür sorgen werde, dass dieser Herr Lell Sie nicht mehr belästigen wird. Ich weiß nicht. Gut, dann gar nicht so leicht. Frau Tschepanski, dann lassen Sie uns mal gemeinsam überlegen. Vielleicht finden wir gemeinsam eine Lösung. Frau Strobel. Tag. Das mit neulich tut mir leid. Was denn? Ich weiß, dass Sie gehört haben, wie Felix und ich über Sie geredet haben. Sie haben nicht über mich geredet, Sie haben über mich gelästert. Ja. Und das ist unfair. Ich würde das gerne wieder gut machen. Schon okay. Ihr Bruder hat's bereits wieder gerade gebogen. Mit Joachim Ringelnatz. Gedichte. Er weiß, wie gern ich die hab. Felix mag die auch gern. Sehen Sie, schon wieder eine Gemeinsamkeit, die wir haben. Das war wirklich eine nette Geste von ihm, aber denken Sie sich nicht zu viel dabei. Es ging ihm um die Entschuldigung. Ja, warum denn sonst? Nicht, dass Sie sich wieder falsche Hoffnungen machen. Frau Tarasch, Sie müssen mir nicht bei jeder Gelegenheit unter die Nase reiben, dass Ihr Bruder nur in eine Kollegin in mir sieht. Frau Sprügel, ich weiß sehr wohl, wie es sich anfühlt, wenn man dann wirklich verliebt ist. Nein, das wissen Sie nicht. Weil Sie, super schlankes, tolles Weib, bestimmt eine Riesenschlange von Männern vor der Tür stehen haben. Da täuschen Sie sich. Irrtum. Sie täuschen sich. Und zwar in meinen Gefühlen für Ihren Bruder. Sie bleiben also dabei. Sie wollen, dass Frau Schneider ihren kleinen Sohn adoptiert. Es tut mir furchtbar leid, dass ich für mein Baby nicht da sein kann. Aber ja, es ist das Beste, wenn Frau Schneider den kleinen bekommt. Gut. Dann auf Wiederhören und ich wünsche Ihnen wirklich alles Gute. Und? Zwecklos. Sie will den kleinen nicht. Habe ich Ihnen doch gesagt. Ich habe Ihnen aber auch gesagt, dass ich Ihnen erst dann das Geld gebe, wenn ich mit Frau Schipanski unter vier Augen gesprochen habe. Ja, aber Sie haben doch gerade gehört, wie eindeutig Ihre Meinung ist. Ja, das sagt Sie im Moment, aber wer weiß, was Sie in ein paar Tagen sagen wird. Dann ist es aber zu spät. Dieser Lä setzt uns mit seinem Ultimatum unter Druck. Dann müssen wir die Frist eben verlängern. Kapieren Sie es denn nicht? Er hat bereits abgelehnt. Es gibt keine Fristverlängerung. Jetzt beruhigen Sie sich doch erstmal. Wir sitzen am längeren Hebel. Wer das Geld hat, hat auch die Macht. Wann springen Sie denn eigentlich mal endlich über Ihren blöden Schatten? Jetzt habe ich mich so dermaßen reingehängt und Ihnen alles mundgerecht serviert und Sie zicken immer noch rum. Was heißen Sie bitte schon mundgerecht? Was läuft denn hier überhaupt ab? War das gar nicht Frau Schipanski, mit der ich gesprochen habe? Jetzt haben Sie auch noch Leon aufgeweckt. Das war jemand anderes, der sich für Leons Mutter ausgegeben hat. Musik Danke, Hildegard, Kaffee ist wunderbar, aber Kuchen an der Rezeption, also... Na gut, wenn du dich so anstellst, gut. Hey, das ist meiner. Du öffnest ihn doch nicht. Was sagt ihr dazu? Ich habe lange hin und her überlegt und jetzt ist es mir endlich wieder eingefallen. Was denn? Das Gedicht hat mir Elisabeth vor genau 35 Jahren geschrieben. 13 Tage, nachdem sie mich zum ersten Mal geküsst hat. Pass mal auf. Mein Herz wird für dich schlagen, mal lauter und mal sacht, noch in 13.000 Tagen im Jahr 2008. Ja, ja, ich weiß, es ist kitschig, aber für mich war das damals der Himmel auf Erden. Das ist schön. Wie geht es denn weiter? Du hast doch sicher auch irgendwas gereimt. Ja, ja, ich habe tatsächlich damals was geschrieben, aber das fällt mir einfach nicht mal ein. Das ist blöd. Ach, war schon jetzt recht, das ist ein Schmarrn. Johann, das schöne Gedicht. Komm, das ist doch romantischer Quatsch aus der Vergangenheit. So, das ist übrigens ein sehr schönes Kleid. Bitte. Hoppla, schöne Frau. Ich wusste gar nicht, dass der Fürstenhof so hübsche Gäste hat. Ich bin hier kein Gast. Ich arbeite hier. Aber jetzt haben Sie frei. Ja, wieso? Lust auf einen Drink? Kein Durst, danke. Sie essen wohl lieber. Hunger habe ich auch keinen. Es kommt drauf an, was ich Ihnen serviere. Was haben Sie sich denn da vorgestellt? Feinkost zum Anfassen. Vergessen Sie es. Sie nehme ich nicht mal mit Schokoguff. Fallst du mich suchen? Ich sitze hier. Die Sonnenaufgänge und Untergänge sind übrigens traumhaft. Hallo, Herr Tarasch. Hallo, Frau Strobel. Lassen Sie sich doch von der Küche ein paar Leckereien anpacken. Gehen Sie an den See und machen ein schönes Picknick. Okay. Schöne Frau. Dass Sie so schnell Ihre Meinung ändern. Reden Sie sich ja nichts drauf ein. Was darf es denn sein? Kaffee, schwarz, bitte. Schwarzer Kaffee soll ja schön machen. Und hoffentlich auch schlank. Und? Genießt du deine Freiheit? Ja, schon. Aber manchmal hat sie auch ihre Tücken. Inwiefern? Man muss sich sehr wohl überlegen, was man mit ihr anfängt. Ja, sonst macht man noch Fehler. Hast du was angestellt? Ich nicht. Wer dann? Jana Schneider. Was Schlimmes? Wenn man bedenkt, dass sie früher Polizistin war, dann... Ach komm, sag schon. Sie hat eine Dummheit begangen, weil sie das Kind nicht mehr hergeben will. Ja, das kann ich schon verstehen. Wieso? Jetzt überleg doch mal. Wenn jemand ein kleines Kind vor deiner Tür legt und du hegst und pflegst es und musst es dann hinterher wieder abgeben... Das Kind hat doch eine Mutter. Ja, aber eine Rabenmutter. Ich denke mal, die Schneider... Vergiss nicht, diese Frau hat dich ins Gefängnis gebracht. Ja, ich weiß. Das werde ich dieser Kommissarin nie verzeihen. Aber die Schneider ist eine Privatperson. Ich meine... Weißt du... Wenn man jemanden besonders lieb hat, dann kann er dir wichtiger werden als sein eigenes Leben. Als ich Felix damals kennengelernt habe, da war er nicht mehr klein und niedlich, sondern groß und frech. Und trotzdem wäre ich für ihn durchs Feuer gegangen. Ja, aber das ist was anderes. Felix ist dein leiblicher Sohn. Du warst froh, ihn wiedergefunden zu haben. Ja, aber du bist nicht meine leibliche Tochter und trotzdem habe ich für dich gelogen. Und dadurch stand ich mit einem Bein im Gefängnis. Hast du das vergessen? Nein. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja, trink mal einen Schluck. Wie konnte ich nur so jämmerlich lügen? Wenn wir Frau Schipanski jemals erreicht hätten, dann wäre ich doch gar nicht auf so eine blöde Idee gekommen. Ich weiß. Aber Samir weiß das nicht. Wenn ich Sascha für mich erblügen lassen, bin ich doch für die eine gewissenlose und egoistische Kuh. Dabei ist sie es, die gewissenlos ist. Ihr habt beide gute Gründe für eure Standpunkte. Ach, jetzt verteidigst du sie auch noch. Ich verstehe dich schon, aber ich wollte dir nicht denken können, dass du damit auffliegst, Jana. Mensch, ich hatte einfach Angst um Leon. Ich habe das einfach verdrängt. Ja, ich fürchte, wir werden den Kleinen wieder hergeben müssen. Ich soll Leon diesem Kerl übergeben? Auf keinen Fall. Nein, das meine ich auch nicht. Wir sollten dafür sorgen, dass das Jugendamt ihn unter seine Fittiche nimmt. Das halte ich nicht aus. Ich will, dass Leon bei uns bleibt. Ich habe ihn doch so lieb. Wie? Wie? Sie sind? Wie? Was? So ein Quatsch. Ich schwöre es. Bei Ihnen stimmt einfach alles. Ihr Aussehen, Ihre Figur. Sie finden mich nicht zu mollig? Im Gegenteil. Ich finde Sie sogar verdammt sexy. So, einen Kaffee. Vorsicht, heiß. Milch, Zucker. Ja, was Süßes könnte ich jetzt schon gebrauchen. Da wüsste ich schon was. Danke, wir brauchen Sie nicht mehr. Frau Sonnbichler, ich glaube, wir machen die Terrasse besser dicht. Ja, ja, das wird besser sein. Hat die Emma einen Freund? Davon weiß ich ja gar nicht. Na ja, Freund ist gut. Der Kerl ist irgendwie gefährlich. Möchte ein bisschen Eifersucht durch? Nein, ich möchte nur nicht, dass Frau Strogl unter die Räder kommt. Entschuldigen Sie es, meine Süße. Ich muss kurz für kleine Jungs. Nicht weglaufen, ja? Warum sollte ich? Frau Strogl, wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, lassen Sie die Finger von dem Kerl. Wer weiß, was der will. Was wollen Sie mir damit genau sagen? Dass sich für mich kein Mann interessieren kann? Quatsch. Nur weil Sie Tomaten auf den Augen haben, geht das noch lange nicht für alle Männer. Dieser Herr hat mich eingeladen. Also bringen Sie mir lieber einen Amaretto. Ja, ich habe es nur gut gemeint. Respekt. Wem haben Sie es aber gegeben? Er hat es auch verdient. Wie lecker. Passt wie in Afrika. Ich habe übrigens endlich jemanden am Telefon erreicht. Und Tansania? Und wie weit ist der Bau? Tja, keine Ahnung. Der Vorarbeiter war nicht da, der Vertreter kann kein Englisch. Und jetzt das ja. Oh nein. Und jetzt? Jetzt werde ich nach dem rechten Sinn. Was heißt das? Ich fliege morgen runter und regle alles. Also morgen schon? Ist das dein Ernst? Oh Charlotte, danke. Du bist die Beste. Ich hätte mich nie getraut, dich zu bitten. Ja, das war mir schon klar. Heute ist mein Glückstag. Erst lassen Sie mich auf Station. Du fährst für mich nach Afrika. Und dann komme ich auch noch Alfons besuchen. Hallo Charlotte. Grüß dich Elisabeth. Wenn ich gewusst hätte, dass du nicht mehr auf der Intensivstation bist, hätte ich dir natürlich Blumen mitgebracht. Aber ich muss sagen, gut schaust das. Du bist mehr lieber als jede Blume. Aber was Schönes mitgebracht habe ich dir trotzdem. Alfons, sowas Zerknülltes? Nicht meckern, zuhören. Mein Herz wird für dich schlagen. Mal lauter und mal sacht. Noch in 13.000 Tagen im Jahr 2008. 13.000 Tage sind gar nicht so viel Zeit. Ich liebe dich, keine Frage, in alle Ewigkeit. Ach, der Wahnsinn. Sind das die Zeilen, mit denen dir der Johann damals da drauf geantwortet hat? Ja. Was, ihr... Ihr habt euch Gedichte geschrieben? Ich wusste gar nicht, dass der Johann das kann. Schau, 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 der alte Brumbeer hat's faustig hinter den Ohren. Tja, raue Schale, aber ein Herz aus Gold. So, jetzt machst du ein kleines Neckrchen. Ja. Und dann träumst du was Schönes. Okay. Wie soll Leon denn dann zur Ruhe kommen? Vielleicht ist es ja wieder dieser Lell. Hallo. Hallo. Was störe ich? Nein, komm rein. Was machen Sie denn hier? Also... Frau Gruber, ich weiß, das, was ich getan habe, war falsch. Ich hätte nicht lügen dürfen. Aber bitte, geben Sie mir ruhig noch eins drauf. Glauben Sie, deswegen bin ich hier. Ja, wozu denn sonst? Du, du musst Jana das nachsehen. Sie ist... Du, ich kann mich schon selbst verteidigen, ja? Sie brauchen sich nicht wegen mir zu streiten. Also... Ich weiß ja, dass Sie nur aus Verzweiflung gelogen haben. Danke für dein Verständnis. Aber deswegen bist du nicht hier, oder? Keine Ahnung, ob das, was ich jetzt tue, richtig ist, aber... ich gebe Ihnen das Geld für die Adoption. Und was ist mit Ihrer Bedingung? Es gibt keine. Warum haben Sie es denn plötzlich so eilig? Ich dachte, wir suchen uns jetzt ein lauschiges Plätzchen. Das können Sie ja gerne machen, aber ohne mich. Ich gehe heim. Prima. Ich komme mit, und dann machen wir es uns so richtig nett. Sagen Sie mal, haben Sie irgendwas auf den Ohren? Ich habe gesagt, ich gehe heim. Allein. Frauen wie du zieren sich immer ein bisschen. Aber eigentlich findest du mich ratten schade. Hey, was soll denn das? Lassen Sie mich los, verdammt! Was könnte dir so passen, oder? Will ich das scharf machen? Hey! Auf jeden Fall, die Kürzen. Meine Kürze ist offen und allein. Jetzt will ich aber... Lass mich auf den Ohren! 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 Schäffchen! Lass mich auf den Ohren! Sie gefallen? Ich sag dir doch, sie hat Tränen in den Augen gehabt nach 35 Jahren. Mensch, Alphonse, das ist der Wahnsinn. Ich weiß nur, dass ich dich wiedersehen wollte, unbedingt. Ich hätte jede Mauer eingerannt und wenn sie noch so dick gewesen wäre. Aber du kannst ja nicht einfach verreisen, ohne mich zu informieren. Warum nicht? Wir sind nicht verheiratet. Ja, das schon, aber wir wohnen doch zusammen. Lala, ich bin dir keine Rechenschaft schuld. Ich führe nichts. Ich spüre seine Hände die ganze Zeit noch auf mir. Ich weiß nämlich, wenn du die Wirklichkeit liebst. Und du weißt es auch. Dieser Simon Konopka, der ist es jedenfalls nicht. Sie müssen sich wehren. Wie denn? Zeigen Sie ihn an.